Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Video meine Freunde. Manuel und Mois verschieben das Format Nice on Scheiß. Manu und Mois, was ist los bei euch? Ihr wollt's doch wieder rausbringen. Jetzt verschiebt ihr das? Denk doch mal an eure Fans verdammt nochmal. Mois, die Fans haben sich ja schon gewonnen, wenn du nach Belgien ziehst und so. Wir nehmen die Schreie mit Bestiebe und so. Da kannst du dir nochmal ein Gefeilentes und dieses Format wieder bringen. Dafür wurdest du doch gefeiert verdammt nochmal. Täusch deine Fans nicht Sonst wirst du nicht lange an der Spitze bleiben Wie Marathonläufer Verstehst du was ich meine? Überleg was du tust man Und dann Manu Ist auch besser diese Show Dass dich zwar ein bisschen unsympathisch gemacht Weil du ein paar Künstler beleidigt hast Aber es war auch unterhaltsam Versteht ihr? Ihr beide habt doch mal dein Movement geprägt man In Sachen Youtube Formats Okay meine Freunde Das war's für den Video von dem Abonnieren und Liken nicht vergessen Meine Freunde und bis zum nächsten Mal